und damit begrüßen wir euch recht herzlich zurück zu einer neuen folge wir haben heute schnopfen wir sind mal wieder auf der ach du heilige kacke noch mal wir sind mal wieder auf der neuen map im piercen park und gucken mal dass wir irgendwo hinkommen ich bin total verwirrt das macht nichts das hat man schon mal insbesondere wenn man älter wird ja das ist richtig das ist komplett richtig wir gehen jetzt einfach mal hier runter wieder spricht mir mal nicht da hinten sind ja ich sehe es rechts so haben wir uns waren sehr schoss sagen wir nicht wieder ein crawler angreifen und dann einen schreier herauf beschwören ich will es nicht hoffen obwohl bei unserem glück ja ist das sehr wahrscheinlich es könnte durchaus der fall sein wir werden sehen meine lieben damen und herren wir gehen jetzt erst mal hier die treppe rauf wenn es denn so sein sollte und geht und gucken mal was wir hier oben so finden die tote hose ist hier obwohl von da oben könnt ihr vielleicht so einen eierköpfe abschießen ach du scheiße guck mal nach rechts bitte ach so eine erste aus als wäre ganz viel jetzt schon nix hier sagt dann stand nie muss er nicht abschließen da ist ein fettig nach dann kann man muss sagen ein johann lauf und da hinten ist auch nur ganz anders wenn du sie dir vorliegen im Kampfgebiet und vor Ort weil da drei Minutes rumlaufen oder was hast du Schiss ich habe ich ich habe ich ich will nicht stehen wir sterben so schnell nicht hoffentlich zumindest er hat du machst mehr Muttu ganz toll ja die Pillen auf 6 was die Pillen nee wir brauchen jetzt keine Pille ich würde die aber auf 6 legen ja ist ja gut zufrieden junge Frau ach hätt's ja nicht machen müssen bin es ziemlich viel da sind sie überall ja die sind ja überall warum guck mal bitte auf die Map sind wir irgendwo in der Nähe von Outpost oder so nee das ist aber sehr merkwürdig ist sehr merkwürdig oh er hat uns entdeckt er hat uns entdeckt ok lass ihn kommen da 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 na mann macht er nicht immer so ein Tamtam du blödes Vieh das ist immer so eine Leile du Spasti ich sehe die ja ich bin rein theoretisch auch darauf vorbereitet aber immer dieses hinter dir ja das ist geil da kriege ich die Krise da 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 die anderen finde ich alle gar nicht so schlimm aber die Crawler die finde ich echt ziemlich beschissen die sind die machen so viel Krach und sind so klein ne ja genau die machen Krach für 10 und mir Angst sie brauchst keine Angst haben ich bin doch bei dir ich bin mir nicht sicher ob mich das jetzt brühen soll jetzt pass mal auf du Gummizwerg da war doch der Gorilla irgendwo ne ja okay bei Schrieker oh und hat gerade wieder Selbstmacht begangen begangen ein nix deutsch gut weißt du ist weg ich weiß nicht er ist auf jeden Fall nicht mehr hier ne ne tschö ist nicht schlimm ach so ein Spacko ey jetzt wollte ich den abbangern und dann ist jeder wieder da ist ein kranker Wagen scheint aber ordentlich was los zu sein die werden alle gekillt sterbseln wie die fliegen ja ist nicht so witzig ne ne wohl hallo da war schon jemand da war schon jemand wieso war denn hier schon jemand hallo das habe ich vorhin auch gesehen da bei den Kisten ne die waren auch schon irgendwie ausgeräumt ja wieso denn nicht ja wieso denn nicht ja wieso denn nicht wieso denn nicht weil ich das haben wollte so es kocht müssen wollts denn da nicht mal kicken was los hast du jetzt gesehen ich hab was gehört ach was hast du denn gehört ich glaube hier läuft jemand rum vielleicht im Haus da ist noch so ne ja ich würde dann das nicht unbedingt riskieren da runter zu gehen oder ähm 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 was wollte ich sagen weiß ich nicht was du sagen wolltest aber irgendwas ist hier ja was wollte ich sagen hm war wohl nicht so wichtig ne ne guck mal auf so ein Map ja da gehen wir uns mal du hast noch gesagt du wolltest mal gucken wie den Paketen oder wenn da so ne eskort mission ist ja ich weiß nicht wo die ist äh da oben äh ziemlich weit weg lass mal äh 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 ich glaube ich habe ich die Flöhe husten ne ich hab nicht gehustet so jetzt gehen wir mal auf andere Seite dann haben wir einen besseren Überblick ey der Ampel ist an wo kommt der Strom wohl da supi alles supi auf die Erde geht so was äh sieht nicht ganz so tricken ich glaube da kommen wir nicht wahnsinnig weit wir gucken mal mal ein bisschen was noch erkunden hier oh wie es wird eng hier unten ja das meinte ich hier obwohl da kannst du ja noch mal hin ich hab nicht so nicht drin der Tekor hat bei den 10 Minutes ok ja dann wird uns keiner in 10 Minuten attackiert soll mir egal sein wir werden in 10 Minuten attackiert guck mal wo wir sind guck mal wo wir sind ein Asch ein Asch der Welt würde ich sagen ja wir sollen mal gucken hier was ist denn hier so noch zu holen oh ich glaube wir haben ein riesiges Problem wir sind hier irgendwie im Arsch gekniffen scheiße wie kommt man jetzt da rüber da kommst du gar nicht ich glaub du musst wieder zurück und einen anderen Weg wählen geh doch dazwischen den Häusern gleich hier hier ja hallo 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 ne das geht nicht ein weiter war das da und los geht's und und ja hier ist ja gleich wieder rechts gilt bei Hunter da rechts also die werden heute echt hier getötet wie die Fliegen ne Halt zurück aber du hörst auch nicht ne ach so ich hab das nicht gehört da kommen wir nicht durch entschuldige dann hab ich nicht gesagt ne ich dachte da kannst du hier ja ich hab geglaubt ne das dann Fetzland ist ne wir müssen glaube ich da hinten rum echt ja wir müssen da hinten rum wenn wir da hinten ja genau da über die Brücke müssen wir ja dann mach mal ja mach mal Leute mach mal geh doch mal jetzt geh doch mal alle ja nicht so laut nicht so laut nicht so laut nicht so laut war da schon jemand naja hier war auch schon jemand also loot mäßig ist hier heute gar nichts ja nun wenn schon vor uns jemand da war ne ja ja da kanns auch nicht mal eben rüber oder ach doch ja da können wir rüber aber 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 da willst du jetzt nicht mehr rüber oder was ne jetzt will ich Alter hab ich mich erschrocken was war das ein scheiß du das scheiß drecksviech meine Fresse ey geil jetzt hat der Kubus auch mal ne nasse Hose Alter hab ich mich erschrocken hier gut dass wir nicht mit Facecam spielen boah alte Scheiße das wär's wow oh Gott so ein Sack wo kam der eigentlich her von da unten irgendwo ne von hier unten assi du Alter hab ich mich boah ach 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 ich bin bestimmt nicht schreckhaft ne ach nein nein normalerweise nicht ho ja der hat aber auch ordentlich losgebrüllt ne boah der hat mir voll in den rechten Kopfhörer reingeschrien ne Idiot in den rechten Kopfhörer rein in den linken Entschuldigung ja doch das war schön ne jetzt weißt du mal wie es mir immer geht ja ich versteh dich und ich revidiere übrigens meine Meinung was die Crawler angeht die Gorillas sind schlimmer ja ne wir heißen ihn nochmal Golem ne ja meine Fresse alter Schwede jetzt willst du da nicht mehr rüber ne jetzt hab ich keinen Bock mehr kann nur besser werden meinst du ja doch du wir haben gleich nur noch halb Wasser ja eben du schnaubst mich doch nicht an ich bin sensibel so aufgefüllt danke bitteschön sehr nett ja doch das war noch mal lustig ja das war super ich hab mich voll bepisst vor Lachen nur ich finde das schön hier war auch schon jemand du weißt du auch warum können die Leute auch mal über dich lachen nicht immer nur immer so dösige Schnitzchen ja bin ich nicht das einzige weiche ja das stimmt wohl nein aber das war also ich hab mit allem gerechnet ja zumal wir auch nichts gesehen haben das war bestimmt der Gorilla den wir vorhin am Wasser gesehen haben ja das ist ja das ist durchaus möglich nicht wahr durchaus möglich wir sind hier wir müssen doch rechts da rüber gehen warte mal wo sind wir denn jetzt überhaupt wir sind gerade am Arsch der Welt ja aber da auf der rechten Seite waren wir noch super star im bar wo ist denn das da oben ja da nein runter runter stopp ok gucken wir mal wo er ist auf der neuen Merconerburg ja die sind alle da ja lass mal wo sind wir denn jetzt eigentlich auf welchem Wege ja wir gleiten vom etwas wir gehen jetzt einfach mal hier runter hier waren wir noch nicht ne ne deswegen sag ich ja nach rechts wäre bestimmt nicht so ne dann lass ich bloß nicht wieder das Recken ne wieso willst du denn jetzt da her ich dachte wir gehen da über den ja ich will mal die etwas abgelegenen Orte ja da will ich ja auch hin aber da ist Wasser da kommst du bestimmt nicht weit weg da ist aber eine Kiste ach guck mal da kannst du wieder die Container eventuell ja 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 und ja dann hier war noch keiner jetzt fällt es ins Wasser ok hätte ich mal besser die Klappe gehalten was ist denn der Scheiße ist gar nichts ist uns was eingefallen habe ich doch gesagt voll die verarsche Crash Bandicoot Bandicoot er hat nur mit einem O geschriebene Eierkopf ne ist das toll du aber das war mal ein cooler Schockeffekt ne man muss sagen das hat man sich nett ausgedacht ja da hinten ist noch mehr siehst du das du kannst doch dann rüberspringen oder nicht so viel Wasser ist das jetzt nicht da nicht ne da musst du schon aufmachen wir sind hier am Arsch der Welt ja so könnte man das sagen oh wird eng wie willst du denn da hinkommen da ist ein Monster oh das ist ein Dings ist das ein Hunter das ist ein Schreier sicher das wäre echt übel hm hinkert das denn hier aber der hat uns nicht gesehen und deswegen verpissen wir uns jetzt besser ist das worin unterscheiden sich die Hunter und die Schreier ich kann die nicht wirklich unterscheiden die Hunter haben dieses rot leuchtende ja aber der hat doch jetzt auch die Schreier haben das rot leuchtende so wie der Vogel und der Hunter hat das nicht sicher? ja ja ganz sicher ich bin mir da sowas von sicher wo haben wir da jetzt was Blinky Bill gesehen? das ist hier zwischen ok da musst du irgendwie doch Richtung Wasser hüpfen einmal kurz na geht doch ich wusste es ah der hat hoffentlich nicht uns gemeint oder? warum hat er so rum geschrien? hat er jemand anders? ah ah fuck alte Scheiße der Mann hat uns gemeint ja ein Auto wo ist er hin? weiter gehts ja geh da rüber ist ja schön dass er da rumschreit 信 er hat uns nicht mehr glaube ich im Blickfeld wo oh wow wau für wir haben wieder feine sachen gesammelt Es scheint aber nicht zu kommen. Statt wir verpissen uns trotzdem besser hier. Das ist ein gefährliches Fass. Aber es ist cool gemacht, ehrlich, da so durch das Wasser mit den Containern und das ist wahrscheinlich irgendwie von den Zügen oder so, denke ich mal. Und über die Gebäude, wo du dann noch so dich übers Wasser retten kannst, gefällt mir. Das stimmt schon, das ist schon alles richtig geil gemacht. Gefällt mir. Das Einzige, was ich jetzt uncool finde, ist, dass es duster wird. Danke. Da hinten ist er, siehst du das Rote da hinten? Da ist er. Der sucht uns. Kleine Schweinepriester. Ja, wir sollten uns hier verpissen, äh, verschwinden. Aber wir erledigen den Sack. Ich weiß nicht, ob ich den von hier treffe. Die Entfernung ist verdammt... Nee, ich würde es lassen. So lange der nicht zu uns rüberkommt, lass mal. Dann kommt er erst recht zu uns. Lass den Scheiß sein. Ja, da ist er schon. Wo ist er? Hinter dir. Wo ist der denn? Ich habe ihn gerade mal gesehen. Da links. Jetzt. Fuck. Oder war das Bogen noch von dem? Nein, da kommt schon der Nächste. Na? Hiepi. Ich schaffte. Noch nicht. Wow. So. Also kommt jetzt im Moment nichts mehr nach. Okay, wir sollten abhauen hier. Das ist nicht lustig hier. Och. Wir haben Glück gehabt, dass da nicht noch mehr gekommen ist. Wegen dem Schreier. Also hätten wir echt Pech haben können. Fucking water. Der ist ertrunken. Ja, das Wasser ist nicht zu unterschätzen. Nein, das ist richtig scheiße. Das stimmt schon. Und wenn du nicht genug, ähm... Sag mal schnell. Nicht genug Papier hast. Ja, und was ist hier noch? Ich höre es auf meinen Ohren. Äh, ja, klar. Mit Augen kann man ja nicht hören. Alter. Ich glaube, du brauchst eine Sehhilfe für die Ohren, wa? Ja. Da ist was. Siehst du das? Ja. Wie komme ich denn da rein? Ey, du fucking Ding, du. Quid... 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 Ich, äh... Versuch's andersrum. Ja, jetzt rechts. Geh doch da unten rein und mal gucken. Vielleicht kommst du ja von da... rein. Rechts. Ne. Wow, alter, alter, alter. Das Wasser. Ne, das Wasser. Da kann schon mal... Außer... Sag mal schnell hier. Irgendwelchen Idioten, die da spawnen, kann nicht passieren. Wow. Wenn wir das jetzt besetzen... Ja. Dann fehlen nur noch vier, ähm... Gebäude, die die Stalker besetzen müssten. Okay. Ich hab nämlich gelesen, es ist nur noch fünf fehlen. Und wenn wir das jetzt besetzen... Schön. Dann sind es nur noch vier. Also bleiben wir hier so lange wach. Oh, guck mal hier. Schön. Geil. Battle-Axt. Shaka, Shaka. Noch ein Katana. Und was ist das? Paint Pils. Die Nummer. Gib uns das Katana-Archiliat. Too heavy. Wir können nichts mehr mitnehmen. Oh, das hab ich gar nicht gelesen. Echt nicht jetzt? Nein. Ja gut, wir haben es ja schon. Ist ja nicht so schlimm. Scheibenkleiste. Ey, was denn das für ein Kack? Jetzt haben wir... Wir können nichts mehr mitnehmen. Der hat nichts gespawnt. Der Sack. Gedroppt. Äh, komm, wir gucken mal eben... Guck mal, ob du irgendwas... Bringt dir das was, wenn du was auf deinen Quick-Slot verlegst? Vielleicht die Flasche Wasser? Du musst nicht auf mich hören oder? Kann ich auch nicht mitnehmen. Ja. Ne, das haben wir ja dann immer noch dabei. Wenn wir jetzt hier noch was... Das können wir... Wir können nichts mehr verlegen. Wir haben das ja schon verlegt. Hm, warte, guck doch mal. Hier diese einen... Den Baseballschläger, den können wir hier lassen. So, den lassen wir noch hier. Das möchte ich gerne. Es geht auch immer noch nicht. Ne, immer noch nur 4. Warte mal, guck noch mal. Äh, zaka, 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 zaka. Das ist ja mit diesem, wovon wir 36... Diese Boneslacks oder was das da ist. Die hier? Ja. Oh, alle 36. So, dann können wir das mitnehmen. Hervorragend. Ja, guck mal, ob du davon noch ein paar mitnehmen kannst. So, ne, schon weg. Oh, ist okay. To heavy. Alles to heavy. Ist nicht schlimm. Wow. Das heißt aber auch für die Zukunft, wir können nichts mehr mitnehmen. Ne, wir müssten dann jetzt als nächstes in die Safe Zone. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt... Warte, die 16% noch abschätzt zu leihen, oder nicht? Es gibt nochmal extra Bonus. Ja, aber wir verlassen ja das Spiel ja sowieso. Ja, aber das Geld können wir ja mitnehmen. Es gibt ja... Das kriegst du nicht. Erst nach einer Stunde. Das muss eine Stunde besetzt sein. Ja, das ist leider so. Hm. Das heißt, wir verabschieden uns von euch. Genau. Das war eine spannende Folge. Ja, das ist allerdings wahr. Ja, ich gehe jetzt erstmal die Hose wechseln. Bitte, hier duftet es schon. Und wir sehen uns... Warum haben wir eigentlich ein Inventar voll? Ist da so viel drin? Ne, da ist noch was Platz. Da sind... Aber guck mal hier, Size Limit, Weight, also das Gewicht 57,7 und 58 passen rein. Ja, wir haben zu viel dabei. Zu viel Waffen alles. Okay, jetzt haben wir noch sechs Prozent. Die warten jetzt auch noch. Ja, da müssen wir mal gucken. Hast du noch irgendwas an Ammo, die du im Ding ins lassen kannst? Im Global Inventory. Ja, wenn wir das nächste Mal jetzt in der Safe Zone sind, dann machen wir das auf jeden Fall. Nächste Folge wollen wir da auf jeden Fall hin. Ja, auch die Waffen da lassen. Wir müssen ja nicht vier Waffen dabei haben. Ach, sicher ist sicher, ne? Ja, aber das muss nicht sein. So, wir haben das geschafft. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ja. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge netter wieder. Richtig. Das finde ich aber nett. Ja, das ist auch ganz nett. Bis zum nächsten Mal. Tschüß! Tschüß!